So, weiter geht's bei einer weiteren Folge. Zwei Typen bauen irgendwelche komischen Sachen in Scrap Mechanic mit dem Pokémon hier, hallo. Ah, ich versuche mal auf meine Perspektive gerade mit einem schlechten Aufnahmeprogramm aufzunehmen. Ich hoffe, das wird nachher ein bisschen gut aussehen. Wahrscheinlich schon, denke ich, hoffe ich. Was schiebst du mir nicht weg? Ich gehe mal auf mein Katzenklo. Ja, wunderschön hier, mit Sand drin. Das ist hygienisch. Moment. Ja, jetzt gehst du weg. So. Ich hau hier schon ab. Okay, gut. Alles gut. Ah, hilfst du? Ja, die letzten Folgen sind erstaunlicherweise ganz gut angekommen bei euch. Wo ist er? Hui! Wie ist die Luft da oben? Hi! Warte, ich komme kurz hoch zu dir, warte mal. Hui! Hast du etwa mein Raumschiff abgespeichert, mein Helikopter? Äh, natürlich, das ist der, der, äh, wie, der Drohnen-Okopter, so habe ich ihn genannt, genau. Tschüss! Wo ist denn? Hui! Ach, jetzt ist er wieder unten. Okay. Versuch mal das Ding hier auf meiner Landeplattform zu landen, die ein bisschen zu klein geraten ist, leider. Okay, du willst ja auch noch die Fahrstuhl hochbauen, aber dafür braucht, der Fahrstuhl braucht Platz, der ist eine bestimmte Größe. Das heißt, ich werde das Ding mal ein bisschen weiter weg bauen. Okay. Ach, geil, ich habe gelandet, wuh! Wollt ihr? Jetzt hänge ich fest. Ach, komm, auch nicht, ich hänge mit der Kuh für fest. Ich komme nicht mehr weg. Was übrigens, wenn man einen Let's Dance-Roboter baut, der mit Musik, Radio, einen komischen Kopf und einen Körper. Okay. Nein! Du hängst dann, ja, die Kuh verhängt unten. Sei vorsichtig, der Fahrstuhl steht noch nicht. So, ich packe das Ding einfach mal hier so ab. So. So, da ist die Öffnung für den Fahrstuhl, ich will... Warte kurz. Eine Kurzunterbrechung, es geht sofort weiter. Ja, kein Vorkommen, ne? Es ist nicht allzu schlimm. Darf mal passieren. Wir haben ihn bestimmt gleich wieder. Aufgrund technischer Probleme mit einer Mutter. Keine Ahnung. Wir ignorieren einfach mal die Geräusche im Hintergrund. Da ist er wieder. Hat man sie gehört? Eigentlich nicht, ne. Alles gut. Ich habe auch dein Verschwinden erklärt. Hast du schon mal was von der Geschichte mit den Killer-Clowns gehört? Äh, ja, die habe ich in der aktuellen LS-16-Folge angesprochen. Diese Idioten, die da irgendwie durch die Gegend rennen. Ich habe gehört, einer wurde sogar verprügelt und beschimpft. Ja gut, einer wurde erstochen, also... Es war ja so, da war so ein Kumpel, der wollte so einen anderen Kumpel verarschen als Killer-Clown und der Kumpel hat ihm ein bisschen abreagiert und hat ihm dann ein Messer irgendwie reingestochen. Also... Als wenn der ein Messer die ganze Zeit dabei hat. Hat er offenbar gehabt, was... War halt eine Panikreaktion und... Irgendwie habe ich läge es dermaßen. Also ich kann... Ich kann nichts platzieren. Jetzt darf ich jetzt. Ich mache dieses Hüpf hoch und so. Es platziert nicht. Also ich hüpf zu schnell. Irgendwas ist... Irgendwas... Ich teleportiere mich. Irgendwas ist hier... Och nein, oder? Einmal. Du stehst einfach nur hier da, bei mir. Also ich kann alles schön abbauen und so. Also das geht alles. Das Schleude-Clown funktioniert auch. Äh, ja. Siehst du das? Ich wollte mich aber... Ich baue mir den ganzen... Den ganzen Kappels hier weg. Jetzt darf ich automatisch rückwärts... Äh, was? Was besiegt ihr gerade? Jetzt hüpfe ich gar nicht mehr, aber ich... Ich hüpfe nicht. Ich kann die Pasta leider nicht bauen. Internet gerade irgendwie tot. Das könnte das eigentlich erklären. Oder das Baum... Das könnte auch sein, ja. Dann muss ich es leider stoppen. Dann gibt es bei mir leider keine Sicht, aber... Wäre schön gewesen, nicht wahr? Ja, eigentlich schon, ne? Und ich Idiot habe mir jetzt mal einen Timer zu stellen. Wie lange nehmen wir ihn eigentlich schon auf? Äh, äh, äh... Naja, keine Ahnung. Äh, äh... Nicht so lange. Ich glaube auch nicht, ich glaube ich mache einfach nochmal... Ich stelle ihn mal kurz auf 10 Minuten, ne? Dann machen wir einfach nur 10 Minuten. Das könnte, glaube ich, ganz gut hinkommen. Wenn nicht, dann wird es einfach ein bisschen länger. Oder kürzer, je nachdem. Und es steht der Drohnerkopter da oben auf dem Dach drauf. Ja, eigentlich glaubt alles. Alter, 2F. Das ist ein bisschen problematisch hier. Ich glaube, ich muss leider... anhalten. Oh, okay. Ich mache das mal aus. Beenden. Das ist nämlich ein bisschen... Ja, jetzt geht's wieder. Das läuft jetzt einig mal. Das flüssig, jetzt kann ich auch... Das war's natürlich wirklich das Aufnahmprogramm, ne? Hm. Ergelisch. Du hüpfst auch wieder bei mir, also. Ey! Was machst du? Jetzt zieh ich mal die Geheimwaffe raus. Oh nein. Er zückt den Hammer. Ich zück ihn auch im Moment, wo es auch hier ist. Oh nein! Nein! Aus! Nein! Nein! Wir können hier mal ein Ding mit diesem bauen. Ey, du meinst... Das da? Also so... Nein, du kommst da nicht ran, du kommst da nicht ran, du kommst da nicht ran. Ich könnte mal... ...ein Fahrgestell spawnen hier. So, hier so ein Fahrgestell, ne? Weißt du? Und dann... ...dann holen wir uns diese Container raus. Das flägt. Nicht. Gut. Und da baust du dann tausend Container drauf, ne Watt? Nö, so. Ich baue mal ein behindertes... Aha, nee, den hatte ich schon längst vor dir. Ja, aber ich hab's umgesetzt. Weil ich baue auf diesen magischen Lift hier... Fump. ...und gehe die Treppe hoch und richte mein Zimmer ein. Aha, alles klar. Er wieder hier. Das verliebst du, du wirst da nicht nach oben kommen. Das ist ein bisschen komplizier. Ich nehme die Sitztaktik, dann muss man nämlich nicht so viel tun. Man muss sie nur hinsetzen und das war's. Stimmt. Ich bin nicht oben. Ah. Ich bin schneller. Was? Hup. Nein, 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 nein. Ach nö. Ich bin nicht mehr als Teleportationsmöglichkeiten. Äh, wo ist der, der, der Drohne kommt dahin? Der zweite. Wo ist der? Wo ist der gelandet? Äh, der ist abgehauen. Wo ist der, hä? Da ist der Bock mehr aufs Bild. Das sehe ich auch gerade. Oh, das würde klappen. Das würde klappen. Wenn man sich auf die richtigen, auf die richtigen Dinger setzt. Man nicht wegfliegt. Wie ich die ganze Zeit. Geh mal nicht hoch. Ich muss ja nicht jetzt gerade was machen. Ah. Und er fällt wieder runter. Ah, ganz toll. Warum fahre ich die ganze Zeit? Ich fahre auch die ganze Zeit irgendwie daneben, ne? Warte, ich glaube, ich glaube, ich nehme hier jetzt einen anderen Weg. Und zwar einen du nämlich nimmst. Was war das denn? Ein spannender Weg. Das sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall. Ich baue um. Ey. Jetzt baute der da. Wie ein modernes Kunstwerk, nicht wahr? Das ist moderne Kunst, auf jeden Fall. Das ist Picobello. Verdammt. Und von hier aus da rüber. Ah. Fuck. Alter, das ist bescheuert. Da kommt man. Was versuchst du überhaupt nicht? Die Toiletten, Alter. Ja, hallo? Ich fang selber schon. Jetzt fängt er schon mit den Toiletten an. Ja, natürlich. Ich fang immer, ich mach immer alles nach. Auch das nervte. Mit voll Schlimm, ich weiß. Ey, ich war fast da. Nein. Es wäre nett, wenn du da nix hinbaust. Denn ich weiß, wann da hochkommen. So, schwupp. Bin oben. Oh ja, ich auch. Hi. Tag. So funktioniert es auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Ach so, ihr baut das natürlich wieder oben hin, oder? Es gibt doch diese einen speziellen Schuhe, nicht wahr? Ach genau. Die gibt es auch noch. Diese einen Stabschufen da. Ja, ja, genau, genau. Du brauchst den Doppelgestell? Doppelgestell? Hm. Doppelgestell. Hehehe. Oh, okay. Aber das mit den Blättern wurde gut gemacht. So als Blätterdach. Naja, ich baue ja bei mir trotzdem so eine Art Dachterrasse. Und ich sehe gerade gar nichts. Ich baue einen Pfosten. Ich baue einen Pfosten. Du bist ein Pfosten. Ich sehe auch nichts. Ich bin ein Pfosten. Ja, natürlich. Du bist wieder ein Pfosten. Ich dachte, ich bin Kosten. Ich bin... Ich dachte, ich bin Kosten. Du hast auch eine hohe Kosten-Nutzen-Rechnung. Na, ich bin BBR, da tut mir leid. Ich kann nicht dafür. Daweil hasse ich BBR. So, und Posten auch. So. Glasboden. Natürlich. Die mit ihren nervigen Zinsens. Nur sieben Zinsens. Zinsens. Heute nur in dieser Woche. Blblblblblbl. Wissen wir Bescheid, ne? So, hier rüber. Nein, auch Mann. Du beschrieben, oder? Ja, genau. Das ist... Das macht ein BBR, der verteilt sind. Perfekt. Perfekt. Das war perfekt. Das war... Das war... Das war... Boah, das war so gut nachgeahmen. Das ist Wahnsinn. Besser kann man es nicht machen. Nö, definitiv nicht. Obwohl, ich kann es besser machen. Und zwar Günter. Wer ist Günter? Günter ist Schaaf. Hier kommt es zu Günter ja auch. Waren wir gerade nicht Schleichwerben von anderen? Äh, ne, ich glaube, das hat kein YouTube-Kanal. Und soweit ich weiß, bekomme ich auch kein Geld von der TL. Doch, das ist die White Paint. Doch, das ist die White Paint. Achso, warum... Warum... Jetzt wird die White... Achso, ja, wegen Günter das Schaaf und so, ne? Och Gott. Oder weißt du jetzt, Günter hat... Also, Günter das Schaaf hat jetzt einen YouTube-Account. Ja, natürlich, also... Günter das Schaaf. Echt jetzt? Wissenschaft ist Spaß. Bei Ruski Ruski. Wiski. Ah, okay. Ja, Wiski. Okay, mit Tiki. Hab euch... Hab euch die Wiski... Äh, auch. Was macht der da? Ich weiß es nicht, dass der der... Halt! Ih! Da, der Drohno-Kopter, da ist er ja. Hui! Aber er fliegt nicht. Der Drohno-Kopter. Das ist so ein geiler Name. Der Name ist einfach so behindert. Oh Gott, was passierte gerade? Hui! Juhu! Äh, Günter. Günter ja auch... Ananas. So, ähm... Ach, während du gerade abwesend bist, mach ich jedenfalls was. Ich möchte mir dein Haus... Oh, come on! Ich komm mir da mal ein bisschen dein Haus an. Hm, angucken nur. Ey! Oh, da ist ein Drohno-Kopter. Da ist ein Drohno-Kopter gelandet. Geh mal weg da. Das ist... Nein! Nein! Ich hab mich immer wieder zurückgesetzt. Ja, da ist ein Drohno-Kopter vor dir. Ja, mach ihn weg! Mach ihn weg, Hilfe! Ich hänge weg! Mach den Drohno-Kopter da weg! So. Delete des Feed. Wo sind wir wieder? Wissenschaft des Feed. Wissenschaft des... Spär. So, da. Hier bin ich wieder. Komm einfach nicht an den Haus hoch, weil ich mich ganz sehr teleportiere. So. Gehe ich wieder hier in meiner schönen Wohnung. Ich will. So, erstmal zum... Nein, ja genau, aus Glas zum... Was? Ich baue da bestimmt kein binken Pfosten rein. In dein Baumhaus. Die Idee hatte bestimmt nicht ich, sondern du. Ich baue mir jetzt ein anderes Baumhaus. Alles klar. Das baut einfach sein eigenes. Weißt du, das ist so ein... Das ist so ein Verräter. So, ich baue mir jetzt... Ich gehe jetzt mir da hinten ein Haus bauen. So, tschüss. Mach das. Tschüss. Keiner mag dich. Ich bin so alter... Nee, ich baue jetzt Autos, wenn du unser Haus baust. Aber bitte bauen einen Lift ein. Nee, wir haben noch einen Lift. Wie ich gerade hier hinten mache. Wo ist mein Lift? Wo ist mein Lift? Wo ist mein Lift? Ach, hinter mir. Hui. Hey, ich baue die Autos. Er wie der letzte Behinderte. Hui. Ey, vorsichtig, ne? Du bist hier meine Video. So. Hui. Leck's. Äh, eigentlich nicht. Wow. Das ist eine kleine Käfigfahrzeug. Das ist ganz schnelle, was du da hast. Kannst du mir mal hinbauen? Hinbauen, damit ich sie mir abspeichern kann. Warte, für ein Käfigfahrzeug. Ja, einfach mal. Achso, ich glaube, ich weiß nicht, wie du meinst. Warte mal. Du meintest den grünen da, oder? Nein, beim ersten. Beim ersten Video. Äh. Bei der ersten Folge. Du weißt ja. Das, was du ganz am Anfang um mich zu suchen. Das kleine Auto. Achso, das kleine Auto. Oh. Nicht das Auto. Das ist doch kein Auto. Äh, du meinst hier den. Ja, das ist ein Schicksal. Akti. Hero. Oh, Akti. Hero. Den da meinst du, oder? Danke. Den gibt's aber auch im Workshop, also. Den baue ich jetzt zum Kurzhero rum. Den gibt's aber auch im Workshop, also. Ja, äh. Ich schnapp ihn mal um und mach ihn dann zu meinem. Alles klar, er wieder, wieder im Copyright richtig klauen. Nein, ich klauen nur dein Fahrzeug, den es Fahrzeug gibt. Ist gemein. Und mal auf dein Fahrzeug einen Cothaufen. Siehst du? Scheiße aus, einfach. Was ist passiert hier? Ähm. Irgendwas passiert hier. Das ist mein Fahrgestell, warte. Jemand patetiert das Fahrgestell. Ist doch schön, oder? Danke, da. Hui. Ah, kapiert. Hui. So, ich bin ein bisschen in die Teile. Okay. Okay, München, okay. Schick ein McNavion. Muss ich denn unbedingt draufzeichnen? Oh. Wow. Ich hab einen Wagenlift in einen Rohrwein. So. Oh nein. So. So, schon mal mein Fahrfagen raus. Mein was? Oh nein, was macht er? Was tut er? Alter, dein Ernst jetzt? Ach, dafür mein Fahrgestell, Rosa. Das ist so tof, einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Oh, ich seh eh so, die, 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 die Folge ist eh schon rum. Ich sag mal, vielleicht so ein Timer einbauen, ne? Oh. Timer. 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 Na ja. Äh, ja, ne total bescheuerte Folge mal wieder. Aber, ihr, euch hat so scheiße sowieso nicht gefallen, aber wenn doch, dann. Würde mich natürlich über den Daumen nach... Kann man den Fress halten hier? So. Äh, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, euer Onkel Klaus. Weil das hier... Das ist Buddy Pink. Tschüss.